Jetzt wird es richtig ernst! Siehst du, ich sag's doch voll easy. Entspann dich mal. Und hier ist sie, die Produktionsleitung Wrecker! Oh nein. Heyo! Da bist du, kleiner Mann. Du störst Wreckers Crew, Wreckers Produktion und vor allem, ja, Wreckers perfekten Defekt-Bilanz-Rekords! Deine Security will mich umbringen! Projekt Armstrong-AGBs. Das Kleingedruckte. Ganz überlesen. Was? Bei Defekt Rückruf! Äh, Rückruf? Du meinst umbringen? Wrecker schreibt sowas nicht. Das machen die Hirnis im Marketing. Ganz egal. Danke, so dumm zu sein, hier rein zu spazieren. Wreckers Hände bleiben so ganz sauber. Ich hab's dir hergesagt. Willkommen beim Projekt Armstrong-Defekt-Check, Herzchen! Und unsere QA ist die beste im Business! Heyo! Oh! 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 Ich mag Defekte. Das ist gut. Ich mag ihren Geschmack. Das ist nicht so gut. Inspektionsstufe! Eine Million! Los! Let's rock, mein Großer! Ja! Konto! Au! Chai, seine Hände sind besonders anfällig für eine, äh, Inspektion. Das ist eine komische Art, Angriff zu brüllen. Okay. Die Hand ist unten, Chai. Schnapp ihn dir! Endlich damit die benutzen! Versuch doch auszuweichen! Wenn, mich öffn'll! Ich werde dir sagen, dass ich was ihm hittet. Und er weiß, was ihm hittet. Also, wenniss ich was ihm hittet. Dann fangen wir ihn aus. Bevor so auszuweichen, ob ich mich berühlt habe, was ihm fuhren niemals. Ich werde so auszuweichen, ob ich mich zu trinken. Oh, come on! Come here! This is your head in your hands, your head in your hands! Tupid truth! Tupid truth! Tupid truth! Tupid truth! Tupid truth! Ow! Come here! This looks so bad! What the heck! Get down! Ah! Ah. Yeah! Ah! Ah! Oh, oh! Heiß, heiß, heiß! Out! Das ist mein Lieberkampf! Oh, Mann! Ich hab mich nicht ans Cayetan! Wie geht es Ihnen? Oh, Mann! Oh, Mann! Ist das auch am Knau! Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist meine Chance! Du hast dich fast! Das sehe ich! Du hast dich fast! Ichbecke dich fast! Du hast dich fast! Du hast dich fast! Du hast dich fast! Du hast den Ketten-Track. Aber jeder Song endet mal. Der Ketten-Track. Oh, oh, oh. Nein! Wow! Hast du das gesehen? Ah, ja. Aber diesmal bist du still und folgst mir gefälligst. Wir müssen echt jetzt mal raus hier! Und diesmal kein Gejammer! Okay, okay! Rekordkraft auf! Etwas! Ziemlich ruhig! Echt gar nicht verdächtig! Und hier ist sie! Rekord! Ihr werdet gern erfolgreich? Ihr werdet gern produktiv? Dann seid vor allem aggressiv! Und wenn ein defekter Punk wie du hier einfach rausrennen willst, bettelst du ja quasi drum! Äh, worum genau bettel ich? Kommst du mir frech oder was? Jetzt reicht's! Schluss mit den Samthandschuhen! Ja, offensichtlich! Was war dein Plan hier für Peppermint? Keine Ahnung! Kämpfen? Hm! Das sind die Katze und Stoppings! Nee, ich bezahl dich doch überhaupt nicht! Hey! Ich bin der Star der Show! Also, packen wir's jetzt mal an! Huh! Komm schon! Thomas, komm schon! Wollhat jedoch, hab' ich negiert! Mach dich flack! Schau! Huh気! Name austausch! Oh, come on! Help me! Na, da, man! Do this thing! In your face! Oh, break that! Still, hold! Sonic won't be your captain! Perfect! Feist ihn! Knapp sie, ihr Charme! An los, Peppermint! Wie gefällt dir das, Cracker? Zeig sie ihm! Ich mach mal halb lang! Nicht übel! Für nen Defekt! Fur sig he alarms! Dander wir nicht! Die Spacke von Gewlik im Haugen! Wie wär Tool? ��vor es sei! Das ist ein Trug noch! Wir werden die Spacke von Gew modalmacht賞 Paige Oh, sehr krass! Hallo, Peppermint! Versuch, dir mit! Hey-ho! Auf geht's! Auf geht's! Mach mal Halt lang! Dreh mal auf! Zeig's ihm! Nicht nach der Schuss! Peppermint! Wie gefällt dir! Mach mal Halt lang! Hallöchen! Hallo, Peppermint! Schnapp mir, ihr Platz! Zeig's ihm! Yeah! Ich mach mich Platz! Du ruinierst nicht den Ruck dieser Firma! Du kommst raus! In den Müll! Du kommst raus! Und den Ruck! Du kommst raus! Ach! Du kommst raus! Schei! Beh! Hallöchen! Ach! Du kommst raus! Hey! Du kommst raus! Du kommst raus! Ach! Das war's für heute. Heckerling! Schnappst du die Zeit! Heckerling! Komm komm! Versuch's hiermit! Auf geht's! Wie gefällt dir das, Rekker? Heckerling! Schnappst du die Zeit! Auf geht's! Das wird ein Meilenstein! Was für eine Schau! Das ist ein Fisch! Steh auf, Scheid! Na los, Peppermint! Wie gefällt dir das, Rekker? Zeig mir! Schiss! Peppermint! Nicht nachlassen! Ich mache hier keinen Spaß! Kill Zoom! Bartosz! Geht's! Geht's! Ausgleiche! Ja, bitte. Komm her. Dreh mal los. Herr Kamin, du bist dran. Seid sie frei. Versuch's mal hier mit. Komm schon. Herr Kamin, komm. Nicht nachpassen. Das bist du mir. Versuch's mal hier mit. Ich bin nicht nachpassen. Okay. Mach's mal hier. Mach's mal hier. Du bist angezählt, Big Boss. Glaubst du, ich verliere gegen ne Punk wie dich, eh? Ja, das klingt schon ganz richtig. Ah, cool. Ihre Schlüsselkarte. Gut gemacht, Shy. Bereit für Runde 2? Ich hoffe, du hast was Neues für mich. Beim Training warst du echt gut. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du damit umgehst. Das schon wieder? Nicht beeindruckt. Dann muss ich wohl ein paar Überraschungen auffahren. Schick ihn rein. Er ist nicht optimiert. Er verlangsamt die Simulation. Mir egal, was es kostet. Bring ihn zum Laufen. Das ist eine Riesendelle. Zeig's dir mit Tatscha. Unfassbar, dass das mein Taforgeist. Du schaffst das, Mensch. Du schaffst das, Mensch. Du schaffst das, Mensch. Ja. Das ist nicht so. Du schaffst das, Mensch. Du schaffst das, Mensch. Du schaffst das, Mensch. Du schaffst das, Mensch. Ben 2016. 8x8. Schocken. Versuch's mal hier mit! Problem aus! Aus, die Sonne raus! Nimm den Garten! Versuch's mal hier mit! Problem aus! Zeig's ihm! Das ist hier komm ich! Neubel! Muss mal hier mit! D'Einstein! Das ist etwas went, was ich bin. Das ist ein Geist. WAH! Hein! Ah! 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 Alle Deprogrammierer und ihr kriegt das Nichtststabil! Alle Deprogrammierer und ihr kriegt das Nichtststabil! Wie viel kostet dich das, Zanzo? Also, Zanzo, wo ist dein episches Ereignis? Ach, ihr einfachen Leute versteht nichts von Qualität. Ihr wollt nur Explosionen. Na gut, wenn ihr es so wollt. Wir erteilen ihm eine Lektion. Kreativität und Realismus aneinander anzugleichen, zeichnet gute Führung aus. Zanzo braucht zweifellos Anleitung. Er hat Roxannes Vision für Wendelay nie verstanden. Er kam einfach Kells Forderungen nach, solange er kriegte, was er wollte. Oh, das ist übel. Er nahm mir meinen Job, mein Leben und er ruiniert das Erbe der Firma. Dann machen wir ihn platt, mit Schmackes. Zanzos Labor ist gleich hinter dem nächsten AR. Mach dich bereit. Schmackes Hey! Macaron! Erwischt, Chai. Du schaffst das, Mac. Ich sehe sie. Versuch mal hier mit. Vorsicht, hier kam ich. Du schaffst das, Mac. Alles bereit? Auf die Macaron! Lass mich mal ran. Bei all dem Geschrei und dem Chaos sehne ich mich nach der Zeit, als Mr. Macaron noch die Leitung hatte. Ich hoffe, er kehrt eines Tages zurück, damit ich wieder für ihn arbeiten kann. Mr. Macaron! Sie sind hier! Die Dinge hier werden sich jetzt ändern. Als erstes werde ich sansolos. Oh, wie sehnlich das begrüße. Bitte leisten Sie gute Arbeit. Die ganze Crew ist dran, aber die Kosten... Sind Sie sicher? Bin ich sicher? Ich weiß, was ich will. Und ich will nichts von Kosten hören. Schalt es einfach ein. Ist das episch genug für dich? Shai, das ist mega! Der Etat verbrennt! Willst du immer noch einen Präsentkorb? Na, Logo! Der gehört dir! It's... Präsentkorb! Hey, ich dachte, du wärst irgendwie größer. Was? Oh, 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 oh! Ah, dir werde ich zeigen! Mal sehen, ob du dir den Korb verdienst! Bleib am Ball, Shai. Lass uns so zu nah an die Sonne fliegen. Heifermann! Yeah! Vielleicht ist das bedrohlicher. Hm, ein bisschen. Programmier! Vulkan! Gleich hier! Gatsching! Das war ein Batzenwohle. Tumio! Programmierer, wo sind meine Gegner? Wir brauchen einen Vorlauf! Ich entscheide nicht, wann ich inspiriert werde. Strengt euch an! Auf dir! Oh-oh! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Programmierer, wo sind meine Gegner? Wir brauchen einen Vorlauf! Ich entscheide nicht, wann ich inspiriert werde. Strengt euch an! Großprogramm! Macht sie glatt! Ja! 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 oh-oh! Ja! 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 Geht! Komm schon! Perfekt, hier komm ich. Du schaffst das, Mann! Sehr süß. Waxin, mach die Platz! Der Kampf war reich Begrenzungs-Code versagt. Mr. Chai, holen Sie sich den Präsentkorb. Erwischenzeit. Heffern, Linn! Na, komm! Ja, bitte? Du bist mal hiermit! Erwischenzeit. Auf die Macaron! Alles bereit? Zeig's ihnen! Erwischt schon! Macaron! Rande! Null Probleme! Ich hab's! Zwei Vulkane! Mein Kapralstromkreis meldet sich! Peppermint! Versuch's hiermit! Peppermint! Dann komm! Kommt aus! Qualität und Quantität! Das will ich! Größer! Das halten wir nicht durch! Guck! Präsentkorb? Ich komme! Willst du das hier? Nein! Der Präsentkorb! Äh... Leute? Und nun gehst du... ...unter! Sollten wir eben die Plattform absinken? War das nicht deutlich? Okay, Sekunde! Ich hab's mit dabei! Ich hab' dem Beispiele! Ich hab' dem Zeig's ihm! Kein Problem. Was hast du noch drauf? Zeit für Magma Mania! Aufdrehen! Warum nicht ein... Zeigst du mir, wie ich meinen Job machen soll? Ich hab nur... Wenn du so schlau bist, kümmere dich doch um ihn! Ich hab hier das Sagen! Mehr Babys! Halte durch, Kleiner! Warte rauf! Ander! Auf Hilfe? Versuch mal hier nicht! Auf geht's! Mr. Chai hat ihn addiziniert. Die Linse, Chai! 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 Vielleicht brauchst du mal Nachhilfe im Design. Tja, während du dich hast von mir ablenken lassen, hab ich an meinem Lieblingsprojekt gearbeitet. Eines mit unbegrenzt mit unbegrenzt, eine Mischung aus Spektakel und Qualität. Peppermint, wie sieht das Budget? Ich hab ich an der LINse, sie ist ja auch an der LINse, hat er nicht mehr so weit in der Spitze. Ich hab's nicht mehr so weit in der Spitze. Oh, klar. Das ist alles. Nur deine Schuld! Genug geredet. Mal sehen, was du über Spectra weißt. Oh Mann, da ist sie ja. An ihrem Computer. Immer noch mit Spectra-Akten beschäftigt. Okay, das ist gut. Sie möchte mehr wissen. Sie wird uns zuhören. Ich bin ein Chamäleon. Mr. Chai, hören Sie zu? Bereit zuzuschlagen. Also, das ist jetzt wichtig. Du musst nur... Ganz subtil... Was zum Geier? Das ist nicht, wonach es aussieht. Jetzt reicht's aber! Wonach sieht es denn aus? Äh, dass ich nur reden will? Ich denke, meine Sicherheitsberichtungen haben genug gesagt. Was ich gehört hab, war vor allem... Mr. Chai, keine Eskalation. Du bist so ein Schwachwart! Oh, das ist übel. Ich bin stolz auf meine Arbeit! Dieses Mal entwischst du mir nicht. Äh... Leute, die will mich ziemlich sicher killen. Beruhige sie ein bisschen. Wir haben dich mit den Spectra-Akten gesehen. Also weißt du, dass ich nicht lüge. Problemanalyse gehört zu meinem Job. Das brauchst du mir nicht sagen. Na, anscheinend schon, weil du es ja nicht schnallst. Spiel dich nicht auf! Achtung, Chai! Greif sie nicht an! Schütz dich! Bleib cool, Corsica! Du brichst in mein Büro ein und vernichtest meine Security! Um das friedlich zu klären! Wow! Hörst du dir eigentlich selbst zu? Also, leg deine Stöckchen weg! Keine Chance! Gebst du auf? Das gehört nicht zum Plan. Das gibt ne Beule! Okay! Moment, dein Plan ist ne Oberplatte! Hey! Aber ich hab ne bessere Idee. Reizen wir sie richtig. Du willst sie durch weitere Angriffe müde machen? Genial, Chai! Oh, Pauna! Beruhig dich mal! Klappe! Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Schon müde? Du schaffst das, Chai! Du schaffst das, Chai! Lassen Sie sich lieber nicht treffen, Mr. Chai! Findest du dich nicht armselig? Hey, du willst doch kämpfen! Halt! Du stehst auf Wortwitze? Was? Nein! Egal! Mal sehen, wie dir das schmeckt! Was zum... Überrumpelt! Okay, Schluss mit dem Parieren! Ja, das bringt nichts. Außerdem steht sie voll auf Wortwitze. Weich einfach nur aus. Aber gib nicht auf! Ich spürte da eben eine Brise. Was du das? Diesmal sorge ich dafür, dass du unten bleibst. Parieren und ausweichen. Achte darauf, womit sie angreift. Habt eine Schwachstelle gefunden. Multitasking! Das ist eine Menge Arbeit! Das ist eine Menge Arbeit! Spitz, Chai! Diesen Beat rocke ich den ganzen Tag! Du wirkst verschwitzt. Imposant! Mr. Chai ist toll darin, andere gegen sich aufzubringen! Brusten wir schon, Cinnamon. Wie wär's damit? Du machst das toll! Ist das eine schwebende Katze? Nichts an dir ergibt einen Sinn. Gibt's zu. Du hast richtig Spaß. Du frecher Loser! Das wird echt fies! Ich habe hart für diesen Job gearbeitet. Den gebe ich nicht. Den gebe ich nicht so einfach auf. Für wen machst du das? Kale? Na und wenn schon. Du bist ihm egal. Ansonsten hätte er dir doch nichts verheimlicht. Das weißt du nicht. Ich weiß, dass du nicht bist wie die anderen Corsica. Du spürst das, was nicht stimmt. Chai! Du bist erstaunlich überzeugend. Deeskalierend. Ich glaube, wir haben eine Chance. Oder bist du etwa zu un-sicher, um das zu merken? Oh, komm schon! So! Jetzt bin ich sauer! Ich zitiere, das haben Sie vermasselt, Mr. Chai. Ah, findest du wirklich? Genug mit den Ablenkungen. Der Kampf ist hier drüben, Chai! Das hier ist bald vorbei. Mr. Chai, so weit zu kommen und dann zu scheitern, wäre peinlich. Da bist du selber schuld. Ich zitiere, das haben Sie vermasselt, Mr. Chai. Ah, findest du wirklich? Genug mit den Ablenkungen. Nein! Der Kampf ist hier drüben, Chai! Kassir ist bald vorbei. Mr. Chai, so weit zu kommen und dann zu scheitern, wäre peinlich. weiter so kleiner. Ah! Weiter so kleiner. Es wird spät. Ich soll zum Abendessen wieder im Unterschlupf sein. Du bist so nervig. Du hast es geschafft, Chai. Gib nicht auf! Nun, gib schon auf! Ich bin nicht umsonst so weit gekommen. Blöde Musikroboterkräfte. Fluchtplan, los! Cinnamon, ich brauch den Gebäudegrundriss. Bitte sehr! Chai, Ihr Privataufzug! Ihr privater Lift! Ich lenke ihn zum Unterschlupf um. Puh! Siehst du, am Ende ergibt sich alles. Du hattest recht wegen Spectra, aber ich kläre das auf meine Weise. Wir müssen nicht kämpfen! Du kannst uns helfen! Oh, Corsica. Du bist einfach nicht sehr gut in deinem Job. Hale? Meine Security umgehen, um auf geheime Spectra-Akten zuzugreifen. Sehr frech. Warum verheimlichst du mir die Wahrheit? Ich brauche Leute, die meiner Vision vertrauen. Du hast versagt. Was? Ich lasse dich keine Armee geistloser Vandalay-Soldaten bauen! W-Wovon redest du da? Das ist gar nicht mein Plan! Spar dir das, Cale! Wir kriegen dich schon! Das ist wirklich witzig, denn weißt du was? Ich kriege euch. Buchstäblich. Hier würde das Potential-Expekt wahrnehmen. Was hast du vor, Cale? Ich sichere unsere Zukunft. Bitte, selbst du musst dir das decken können. Indem du die Kunden kontrollierst? Es ist keine Kontrolle. Ich befreie sie! So sehe ich das nicht. Ich muss mich doch keinem Defekt erklären. Du verhaust doch nur Sachen mit einer Gitarre. Aber ich bin echt gut darin. Mir reicht's. Du kommst mir nicht mehr in die quere, Bürschchen. Weg ist das Passwort, Chai! Verschwinde da! Was? Nein! Nicht nach all dem! Oh, und du, Corsica. Du bist gefeuert. Corsica, pass auf! Chai! Gefeuer. Oh, oh, ich hab den Flammenwerfer. Na ja, beim nächsten Mal. Los geht's! Hab ich dich, Minosa? Warte auf deinen Einsatz, Hai! Gib uns dein Spectra-Passwort! Du! Du verboxt! Eigentlich. Auf euch wartet eine ganz besondere Vorstellung. Ein sehr guter Freund ist hier. Ich wette einfach alles. Und das ist meine Show. Assistenten! Und ihr da draußen. Macht euch bereit für die Show! Los geht's! Auf geht's! Auf geht's! In Doom! Das tut dir doch leid. Zeig's ihm, Showtime. Zu sehr. Gothiker, machst du das? Drück, hör sofort auf. Du zerkratzt mein Kleid. Jetzt, Strike. Mach so viel Schaden wie möglich, bevor ihr Kleid wieder funktioniert. Lösch das Bluch schnell vom Life-Hit. Ihr Kleid ist wieder bei voller Energie. Ruf mich rein und lass nicht locker. Geht dir keine Zeit zum Aufladen. Strike, lass es damit. Zeig sie ihm. Geh uns auf den Weg, Mimosa. Auf geht's. Große Klappe, nichts darin. Schaut halt, Mimosa. Geh uns auf den Weg, Mimosa. Du brauchst mal ein paar Ohrfeigen. Oh, blau, wie peinlich. Gothiker, machst du das? Große Klappe, nichts darin. Wow. 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 Ohrfeigen. Geh uns auf den Weg, Mimosa. Tschüssi. Ach, sie rückkostet. Alles klar, Chai? Was ist damit? Ohrfeigen. Ohrfeigen. Das Kleid ist ein Teil von mir. Das kriegst du nie und never. Kommt euch mal hier mit. Und da bin ich zu. Zeig's ihnen. Bitte sehr. Rosica! Los geht's, Chai! Rosica, machst du das? Geh uns auf den Weg, Minosa! Mist. Merkt ihr eins? Unterbrech nie meinen Auftritt. Das Kleid ist ein Teil von mir. Chai, ihr Kleid schützt sie. Du kannst sie nicht direkt verletzen. Du musst sie betäuben, wenn du ne Chance haben willst. Und auf! Du zerkratzt mein Kleid! Was ist damit? Los, Pfeffermint! Jetzt, Chai! Mach so viel Schaden wie möglich, bevor ihr Kleid wieder funktioniert. Damit kommst du nie durch! Ihr Kleid ist wieder bei voller Energie! Ruf mich rein und lass mich locker. Gib ihr keine Zeit zum Aufladen. Versuch's mal hier mit! Auf geht's! Nur die Macht meiner Macht! Oh, für Klappe nichts dahinter! Rosica! Ich kann mir schon klar! Rosica, machst du das? Geh uns auf den Weg, Minosa! Auf geht's! Das tut ihr doch klar! Komm, Minosa, komm! Nimm das, Minosa! Total komisch! Oh, die Klappe nichts für dich! Oh, das ist unterhaltsam! Machen wir's spannend und dimmt mal das Licht! Oh, die Klappe nichts für dich! Die Klappe nichts für dich! Ja! Die Klappe nichts für dich! Oh, die Klappe nichts für dich! Die Klappe nichts für dich! Das ist mein Kleid! Du bist mit nem Musical! Und ihrer eigenen Leer! Wanderlei! Zeit, Starry! Legt das Loch schnell vom Langsitz! Hörst du doch schnell vom Langsitz! Gute Blast! Mein Kleid! Pufferlens Point ist ein Troll von dem Langsitz! Du nie aus dem Langsitz herauf! Lasst ihn bleiben in Ruhe! Gute Blast! Gute Blast! Gute Blast! Mata on! Zurück mit dir! Tate us in the dark! Showtime! Zeit in! Desea! Jetzt bin ich der Star, Mimosa. Die Menge frisst mir aus der Hand. Sie will eine echte Vorstellung sehen. Für wen sind die Leute hier? Nimm das, Mimosa. Nimm das, Mimosa. Nimm das, Mimosa. Wer ist hier der Star? Niemand stiehlt mir das Rampenlicht und überlebt diesen Fehler. Alle sind weg, mit mir. Nimm das, Mimosa. Hörer bin! Kommt her! Sie hat wieder vor! Halt sie nun! Nimm das, Mimosa. Hörer! Oh, shit! Das tut ihr noch lang. Kommt uns mal hier mit! Lass mich mal ran. Lass mich mal ran. Löscht das Block schnell vom Langfeet! Auf geht's! Kein Problem noch! Auf geht's! Nicht starten, die Mauter! Kass ihn! Das tut dir noch leid! Löscht das Block schnell vom Langfeet! Löscht das Block! Auf geht's! Geh uns auf den Wegen hin, Mauter! Löscht das Block! Nicht starten, applausern! Das Bleib ist ein Teil von mir! Versuch mal hier denn und nicht mehr! Du schaffst das, Mä! Löscht das Block! Und ich labbel jetzt nicht erst an! Zeig's ihnen! Nicht starten, applausern! Löscht das Block! Pfeffermint, man kommt! Das tut dir doch klar! Ich habe einen Kaussegatt. Danke sehr! Auf geht's! Ja bitte? Das nenne ich ein Festival! Zeig's ihm! Nennt das, die Bauter! Auf die Warte raus! Geh in das schon weg, Minotas! An los, Pfeffermint! Das tut dir doch leid! Tschüssi! Du taugst nicht mal als Vorbett! Niemand stiehlt mir das Rampenlicht und überlebt diesen Fehler! Boah! Oh, shit! Nenn das, die Bauter! Sehe, hier! Zeig's ihm! Ich sehe sie! Halt an den! Ach komm! Das tut dir doch leid! Sie hat wieder Power! Sie hat wieder Power! Zurück mit dir! Zurück mit dir! Ich schau's mal, Kaussegatt! Das mache ich! Pfeffermint! Du bist dran! Ach, David! Auf geht's! Na los, Pfeffermint! Nenn das, die Bauter! Ja! Mach du das? Die große Klappe nix dahin! Zeig's ihm! Das tut ihr noch lang. Auf geht's. Na los Peppermint. Nimm das, Mauten-Witzling, du. Versuch mal hier mit. Das tut ihr noch lang. Peppermint, du bist dran. Nimm das, mein Kleid. Lutsch das Loch schnell vom Land. Leid ist ein Teil von mir. Das willst du nie und nicht. Das tut ihr noch lang. Alle sind gegen mir hier. Damit kommst du nie durch. Versuch mal hier mit. Das tut ihr noch lang. Versuch mal auf. Das ist mein Kleid. Zieh uns auf den Weg, Mauten-Witzling. Alle sind gegen mir hier. Peppermint, na komm. Nimm das, Mauten-Witzling. Auf die Makaron. Zurück mit dir. Peppermint. Komm, Flo. Versuch mal. 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 Der Name ist ein Kleid. Versuch mal. Versuch mal. ay. Versuch mal. Auf die Kerne. Er schweizt. Dann Individuals. Minsk,ılan mal. Nein, wir verlieren nie. Sieh's ein, ich gebe den Dreh raus. Ich bin eine Drehzahl an. Ich bin eine Drehzahl an. Das ist eine Drehzahl an. Daran könnte ich mich gewöhnen. Gemach Chai. Es wird Zeit zu verschwinden. Ist alles bereit? Der Strom wird jetzt umgeleitet. Du willst also an Kane? Dann musst du an mir vorbei. Rogue Four, Spectra-Schlüsselkarte. Her damit. Oh ja, sicher. Nimm sie. Was glaubst du, wer ich bin? Ein Dummkopf? Mehr Fragen kostet nichts. Du machst mich so wütend. Ich lag auf dem Sterbebett, als Kale mich rettete. Ich war klug, aber schwach. Er hat das korrigiert. Wirklich? Warum wolltest du dümmer werden? Das ist Zeitverschwendung. Und weißt du was? Zeit ist Geld. Und ich werde nicht noch mehr davon verschwenden. Ich werde dich verschwenden. Nun, wie fühlt es sich an, jemanden zu unterschätzen? Nein, Brüder! Das ist ein volunteer. Ja. atención. Ja. Ja. Wennst du sie. Sie errichtet. Ich bin nicht applies. Wo ist deine Grausche-Klappe jetzt, Bubi? Corsica? Dieses Wolfsding? War doch kein blöder Scherz! Du willst also ein Kämer? Dann musst du an mir vorbei. Wo ist deine Grausche? Oh mein Gott! Du musst uns mal hier mit! Hey, die Bläden aufbauen! Reif und rein! Reif und rein! Kein Fall mit! Und... Hörschau! Oh mein Gott! Showtime, Corsica! Reif und rein! Kein Angst! Kein Angst! Gein Angst! Und richtig doll! Ah, sie läuft! Kein Fall mit! Und komm! Lass die Zeit! Oh! Showtime, Corsica! Komm, komm! Zurück! Lass die Zeit! Lass die Zeit! Lass die Zeit! 3 5 6 oug 7 Silke 8 9 13 14 15 15 Du schaffst das, Mac. Null Probleme. An los, Peppermint. Okay, du machst uns keine Ahnung. Peppermint, komm. Lass Zeit. Bleib mir vom Leib. Auf die Makaronne. Los, Brot, die Lass Zeit. Bleib am Ball, Scheid. Zeig's ihnen. Bin da. Auf geht's. Ich sehe sie. Makaron. Ruffo, das reicht. Du schaffst das, Ben. Ich bin mal dran. Du machst mich nur noch wütender. Geht das denn überhaupt noch? Ich bin mal dran. Wir müssen die Nachbarn sterben. Lass! Peppermint. Du hast uns keine Angst. So sei es, Kaussegat. Du hast uns keine Angst. Ist nah. Ich gehst. Wir haben uns beiden Schein. Lang, Schein, Powerpoint. Ja, du bist ein Schussabflug. Pass auf, Schein. Ruf mich rein, ich helf dir. So sei es, Kaussegat. Ich komm mir schon klar. Na, bitte. Pass auf, Schein. Seid sie im Schein. Auf geht's. Mal Probleme. Grafiker, machst du das? Du machst uns keine Angst. Hör doch nicht, du bist krank. Ja, bitte. Hör doch auf, Ander. Mach die Runde. Der ist frei. Sieht schlecht aus. Alles bereit? Du machst uns keine Angst. Zurecht! Spectra, der Gewinn, der uns entgeht. Die Zahlen sind da. Und du bist raus. Wow, das macht keinen Sinn, du Trottel. Ich verlasse mich auf Aktien. Dein Kurs fällt, Kleiner. Auf geht's. Auf geht's. Ganz klein. Dann geht's. Dann geht's. Nee. Dann geben wir uns zwei. Ein Mann, das ich nicht weiß. Na, wenn du noch einen Gehtkampf hast. Die V적iergewinnung haben. Ja. Dann wird deine Läte. Zurück! Auf die Macaron! Vorsicht, hier komm ich! Guck uns mal hier hin! Gleich am Waldzeit! Macaron! Nach die Zeit! Macaron! Nach die Zeit! Guck uns mal hier hin! Zurück! Zurück! Zeig ihn! Nach die Zeit! Zeig ihn! Blockfall, das reicht! Das ist unsere Chance! Zusammen nehmen wir es mit ihm auf! Das Witzige ist, du glaubst echt, du kannst gewinnen. Aber solange du mich wütend machst, gehe ich nirgendwo hin. Es ist Zeit, Gewinn zu machen, indem ich dich... Umsatz für Quartal 3 verbucht. Fürsicht vor fallenden Gewinnmargen. Und jetzt ist es, weißt du dich! Der Witzige ist die Zeit. Ai... Die Zeit! Das ist die Zeit! Okay, ich sehe ein... Was zum Geier ist das? Hier ist was, vorant du nicht vorbeikommst. Verschwinde da, Kleiner! Ist das nicht Sansos, Obata? Sieht aus, als hätte Kayling den letzten Schliff verpasst. Oh, Mist! Was? Du schaffst das, Mensch! Schreit zu drüben! Versuch's, heu mir mit! Auf geht's! Auf geht's! Du schaffst das, Mensch! Verschicht, hier kann ich! Was? 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 Mach auf, und da! Was? Weiß in! Kau zu! Du schaffst das, Mensch! Versuch's, hier kann ich! Mach auf, und da! Denn da! Soit zu drüben! Oh, das war's! Oh! Sightseeing! Auf geht's! Auf geht's! Alles bereit? Auf geht's! Oh, oh! Power core! Hebermann, do the starting! Yeah, is it? I can't hear this! Alles klar, Titan! Okay, ein Riesenroboter! Vorschläge? Gegen den kommst du allein nicht an! Geh ihm aus dem Weg! Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll! Such einen Weg zurück zu uns! I can't! Just for now! And let the Mascow Just served the same! Oh! 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 Ich hab dich! Lauf drauf, du! Vertraue mir! Kai, links von dir! Lauf durch die Klappe! Bist du ein Schaf? Ich habe diesen Schaf! Klappe! Kein Ausweg! Corsica! Jetzt enttäusch mich bitte bloß nicht! Oh! Hab dich, Try! Danke, Macaron! Gleich fertig! Das sollte doch sicher helfen! Ja! Anscheinend liegt hinter der Lücke in der Panzerung eine Schwachstelle! Keine Ahnung, ob das reicht, um das Ding auszuschalten! Ja, besser als nichts! Ich muss nur dicht ran! Gute Neuigkeiten! Ich hab das Ding abgehängt! Gute Neuigkeiten! Ich hab das Ding abgehängt! Der Arm steckt fest! Kommst du da irgendwie ran? Ich bin gerade beschäftigt! Äh, sieh Küppchen! Halt am hin! Versuch's hier mit! Halt am hin! Halt am hin! Hau mal die Arme durch! Auf geht's! Ja, komm! Corsica! Mach die Klappe! Auf die Mache! Halt am hin! 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 Rwot am hin! Gute Neuigkeiten! Wie! Halt am hin! Auf geht's und sch efficiently! Halt am hin! Cool cool cool! Rettet! Jetzt ist er! Mach' es sein! Falls nicht weiter. Mach's die Gleit! Mach's die Gleit! Mach's die Gleit! Ich kann ja schon planen! Ich kann ja schon planen! Ich kann ja schon planen! Nein! Als ob das was passiert ist. Wenn du irgendwas tun kannst, Chai, dann tu's jetzt! Vorsicht! Das wird ein heißer Ritt! Das siehst du sicher nicht kommen! Das siehst du sicher nicht kommen! Das war der Hammer! Was machen wir jetzt? Halt! Wo ist Cinnamon? Das wird die Sache vielleicht regeln? Vielleicht ist der Arm noch zu gebrauchen? Cinnamon, was machst du? Ich kann endlich helfen! Ich muss diese Gelegenheit nutzen! Oh Mann! Das ist lustig! Ich weiß, warum Ihnen das gefällt, Mr. Chai! Ich bin kompatibel! Das ist aber recht schwer! Geht mir jemand zur... Hand? Ha! 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 Cinnamon! Ja! 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 Helfen wir ihm! Alle da? Ja! Dann wollen wir uns! Mann! Fangen wir uns! Au! Cinnamon! War ich fetzig, Mr. Chai? Du warst fetzig, fetzig, Cinnamon! Mann, ist er hinüber! Das krieg ich schon hin! Stoppen Sie, Kay! Mir geht es gut! Endlich war ich mal hilfreich! Wir schaffen das, mein Junge! Hey, wir müssen los! Jetzt gilt es! Final Countdown, Leute! Kale 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 Was für euch allen fehlt! Genug, Kale! Du hältst uns nicht alle auf! Oh, wirklich? Ihr hattet ein paar Hits, aber... Es wird Zeit, dass die Band auseinanderbricht! Verdammt, Kale! Wie wär's, Chai? Komm auf meine Seite! Ich mach dich zu einem echten Rockstar! Weltberühmt! Weißt du was? Passt schon! Weißt du was? Ist egal! Wir beide kennen die Zielgruppe für Spectra! Noch ein Knecht! Und dieser hier sollte mir besser dienen! Ich bin wahnsinnig stolz, zur Vendelay-Familie zu gehören! Das will ein Chai nie sagen! Ja, das ist der Punkt! Ich kontrolliere ihn! Ah! 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 Ja, 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 ja! Soll das ein Witz sein? Was soll das? Meinst du, ich hab Angst? Von der Katze? Was richtest du denn schon aus? Du schaffst das, 808! Somehow, I fell for pain, no hunger, my will to resist, was pulled out from under. Heads to fall and I began to shake, my blood crossed strong as you're ready to take. I know that once and I was always good in the blanks, you were over me and my world shook. Das reicht jetzt! Gib mich auf, Astor! Oh. Ja, stop! Aft, not Aft! Aft, not Aft! Enlos, du it! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schnapp ihn dir, Zeit! Was für eine Nervensäge, weißt du was? Wir regeln das draußen. Schnapp ihn dir, Zeit! Schnapp ihn dir, Zeit! Schnapp ihn dir, Zeit! Vergiss nicht! Schnapp ihn dir, Zeit! 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 Ich hab's da! Ich hab's da! Es muss nicht mehr sein! Ich hab's da! Mütter! Schau! Lass dir nichts erzählen! Glossika! Geht schon aus! Ich hab's da! Höh, du bist doch gescheit! Warte nur ab, Kleiner, zu was dieser Körper alles fähig ist. Da hält deine armselige Armstrong-Tag nicht mit. Das werden wir ja sehen. Oh ja, werfen wir? Komm her! Shine, überlass die Schilde mir! Du schaffst das, Mac! Harte mal die Arme hoch! Diese Linse kann ich übernehmen, Charge! Bring's zur Ende! Zeit, Kay, wo der Hammer hängt! Kleine Fähigkeiten, wenn ich am Wartang! Tritt lieber einen Schritt zurück! Bleibt Rückzeit! Nein, lass mich das machen! Dicka, machst du das? Jetzt liegt es an dir! Ich den nie! Puzzle's right here! Ich bin nicht so dosen! Wir müssen fünf bis zum nächsten Mal. Aber so ist es so. Ich bin juste so. Es ist nur ein Fähigkeiten. Aber ich bin jetzt auf der anderen Seite. Sie zerstören können! ... ... ... Was ist mein Leben? Geht schon aus, Kale! Du gewendet das? Es ist vorbei, Kaylin. An meiner Seite wärst du echt jemand gewesen, Shy. So dumm, dein kleines Abenteuer endet hier. Siehst du, wozu ich bin? Ich weiß nicht, ey! Wo geht's? Das verzeiht dir nie! Ey, lass das zuhören! Jetzt ist aber Schluss! So geht's! Ey, weiter weg! Ich kann rein, lass das! Ich muss mich machen. Ich muss mich machen. Ich muss mich machen. Was ist das? Was ist das? auf, okay! Du rein! Ach, okay! Ich geh dir rein! Nicht mal du stopst, structuralist. Ich geh dir rein! Hä, şeker, kleiner Loser! Ich schaffe mich immer sich seitual wayne. Ich geb das auf를 früher Been. Was ist das denn? Ich seh' sie. Ich seh' sie. Ich seh' sie. Ich seh' sie. Du bist nur ein Defekt mit einem Haufen Glück. Ich musste mir alles erarbeiten. Ich weiß inzwischen, was ich hier tue. Macaron! Du hast diese Firma Canuck ruiniert. Na los, Corsica! Hier hab' ich aufgeschaut. Peppermint! Mir geht's nicht nur um Bandit. Ich hab' dich um Bummy. Und jetzt heißt es, Game Over! Jetzt reicht's aber! Her mit dem Passwort! Niemals! Ihr seid ein mieser Haufen Loser. Ja, vielleicht. Aber zusammen sind wir unschlagbar. Kai! Nein! Ich glaube, ich brauche Ferien. W-Was ist das? Sieht so aus. Bis zum nächsten Mal. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Mhm. Oh, loser. Es ist vorbei. Das ist jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Ich hab mir Sorgen gemacht, aber ich wusste, du schaffst das. Seht mal her. Aufgrund des Schadens vermute ich, Mr. Chai war involviert. Wir kriegen dich schnell wieder hin, Kumpel. Das war's. Du hast es geschafft, Chai. Geschafft. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020